Hallöchen und willkommen zurück hier auf dem Sefiron Plateau, meine lieben Freunde. Ja, im letzten Part haben wir ein sehr, sehr krass geschenktes Battle bekommen. Heute haben wir ein neues Team am Start und zwar mit Caputoro und Navi, meinem Bandleby. Obwohl ich Bandleby in diesem Kampf wohl gar nicht verwenden kann, weil er null Pokémon dagegen hat, wo ich etwas machen könnte. Stahl, Flug, dann haben wir Fee, dann haben wir Stahlpflanze und Feuer und sogar Metheno. Von daher, Bandleby ist definitiv nicht die beste Wahl. Ehrlich gesagt habe ich gar nichts für Metheno. Metheno ist mega krass gegen mich. Ich habe eine super krasse Flugschwäche und eine super krasse Steinschwäche, wie immer, meine beiden größten Schwächen. Deswegen muss ich leider Agro Stella mitnehmen, auch wenn es mir überhaupt nicht gefällt. Ich habe keinen Bock zum Agro Stella mitnehmen, aber ich muss es mitnehmen. Ich muss mit Frühjahr liegen. Okay, Freunde, gehen wir ins Battle rein. So, das ist das letzte Battle der Session. Danach muss ich leider arbeiten. Ich muss in eineinhalb Stunden bereits bei der Arbeit erscheinen und ich muss natürlich die Parts, oder ein Parts zumindest, noch rendern und ein paar andere Sachen machen. Von daher, bis das Battle fertig ist, habe ich genau noch eine halbe Stunde Zeit und dann muss ich zur Arbeit gehen. Das ist richtig lächerlich. Von der einen Arbeit zur anderen. Er liebt eine Mammutl. Und ich habe natürlich Tektas nicht dabei. GG. GG. Ja, wir, nee, also wir verlieren dieses Battle einfach wegen Matchup. Wir haben nichts für Mammutl, wir haben nichts für Metheno. Das knallt mich unglaublich weg. Kriege ich einen Burn? Den ersten Burn mit Agro Stella. Den ersten Burn, come on. Nope. Keinen Burn. Die haben keinen Bock auf Burn. So, ich switche zu Frujal. Mit Frujal bin ich gescarft. Kann Mammutl outspeeden. Und ihn rausnehmen. Nee, ich kann ihn finishen. Frujal hat einen guten Bulk. So, und jetzt Kann ich einfach easy, squeezy Für einen Tropenkick gehen Und einen Attack Drop verursachen Auf welchem Pokémon auch immer So, er lässt seinen Vermutten sterben Er hat wahrscheinlich gedacht Yo, keine Ahnung Also Eissplatter funktioniert nicht wegen Majestät Dann Icicle Crash Wenn er nicht gesgabt ist, dann Outspiele ich sowieso Und wenn er gesgabt ist, dann ist er nochmal Für den Erdbeben gegangen, von daher Easy Okay, Karguron gegen das Ding hab ich gar nichts Er kann Lustigerweise Einfach für eine Akrobatik gehen Und mich töten Okay, weißt du was, ich mach mal Ich mach mal etwas, was ich Was eigentlich dumm ist Was man praktisch nicht machen kann Soll, Fragezeichen, aber Ich mach's einfach mal Ich geh zu Capotoro Hol den Graserzeuger Feuersturm, holy shit Okay, ähm Die Sache ist die Ich könnte jetzt eine Steinkante droppen Die neutral trifft Wahlband Macht das natürlich ein bisschen Damage Aber Doch, ich muss das fast machen Ich muss eine Steinkante droppen Ansonsten kriege ich das Karguron nicht mehr tot Und ich treffe Glücklicherweise Rambos, okay Das tötet Mein Capotoro Ist aber in Ordnung Denn somit musste ich nicht Oh, jetzt kriegt er einen Boost Das hab ich nicht mit einberechnet Ich trottel Aber ich kann einfach protecten, wenn ich will Um ehrlich zu sein Ja Ich geh für den Bunker Krieg KP zurück Durch Giftschleim Und durch das Flower Power Schild hier Ne, wo wir haben Oder Feld Grasfeld So Bunker Bunker Wenn er gewieft ist Dann prediktet er das Aber ich glaube nicht Er geht für den Z-Move Oh Was hast du für ein Z-Move, Alter Was genau hast du für den Z-Move Nimm seine ganze Kraft zusammen Oh, ja Die Bodenattacke Oh, damn it Es ist nicht Step Und ich bin krass defensiv Außerdem machst du nur Eine gewisse Prozentzahl an Damage Wir überleben Wir überleben tatsächlich Holy shit, Alter Okay Das ist gut Jetzt muss ich angreifen Leider Ja, ein Erdbeben wird auch nicht mehr reichen Ne Ich geh mal für ein Siedelwasser Vielleicht krieg ich ein Burn Wer weiß Vielleicht krieg ich jetzt mal ein Burn So Jetzt kann er nur noch normale Erdbeben machen Obwohl Das müsste genauso viel Damage machen Weil Ne So Siedelwasser Boots Crit Aber Kein Burn Burn wären wir tatsächlich lieber gewesen Aber in Ordnung Ähm Was genau mach ich denn jetzt Ich könnte das Erdbeben mit Frujal tanken Outspeeden und ihn umbringen Mit meinem Turmkick Ja, ich muss das machen Ich muss das machen Freunde Weil Sein letztes Pokémon Wenn sein letztes Pokémon Nicht schwach gegen Turmkick ist Dann hab ich verkackt Ich brauche Nochmal einen Switch In Frujal Und das Erdbeben Werde ich tanken Weil Es wird resisted Und Ne So Ich krieg noch ein paar KP mehr Grasfeld ist cool Aber leider verschwunden Und das Gute ist Er fliegt Deswegen ist er Vom Grasfeld Nicht betroffen So Ich outspiele Turmkick Sollte auf jeden Fall reichen Zurück rufen Kapuriki Oh Ja gut Dann gewinne ich Natürlich nicht mehr Kapuriki Knallt mich Weg Des Todes Ja gut Mit Agro Stella Kann ich eh nichts mehr tun Ne Agro Stella Ist tot Das einzige Was ich hoffen könnte Ist dass ich Ein Crit Auf Kapuriki Bekomme Mit Tropenkick Und ihn so rausnehmen kann Oh je Oh je Oh je Das Ding ist halt nur Tropenkick Tropenkick Wird resisted Von Seinem Anderen Pokémon Und zwar Vierfach Alter Tropenkick Wird Vierfach Resisted Tja Dann habe ich verloren Dann habe ich eben verloren Tropenkick Wird vierfach Resisted Schade Schade Das würde Für einen Two-It Reichen Aha Ja Schade 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 Ich hätte gerne Gewonnen Aber Seine UBs Und seine Dingens Sind zu krass Ich kann leider Mein Movement Nicht mehr wechseln Und bin in Tropenkick gelockt Was Vierfach Resisted wird Und absolut Null Damage Macht Aber Ich meine Er Ich meine Was macht er Feuer Ja gut Feuersturm Und Ich werde Ich werde immer müder Ich werde immer müder Schade Schade Ich hätte echt gerne gewonnen Aber in Ordnung Wir haben schlecht geliedet Und Bandle B wäre gar nicht Kacke Ja Zwei Alola Pokémon Der Rest Ist alles von den Älteren Gents Froyal Ungerne Knogger Definitiv Nein Doch Knogger Müsste ich schon mitnehmen Agro Stella kann ich vergessen Kaputoro Mäh Also ich habe gar kein gutes Team Für den Gegner Um ehrlich zu sein Ich Liede mal mit Knogger Warte Wenn er mit Dingens Liedet Dann könnte ich doch so Und dann so Und dann So Fragezeichen Das müsste in Ordnung sein Das müsste okay sein Wenn er mit Roserade Liedet Mit einem Fokus Dann wäre das tatsächlich Gar nicht mal so scheiße Mal gucken Es geht los Freunde Gegen den letzten Trainer Dieser Session Er Startet mit Lux Das ist nicht schlecht Denn ich resiste Deinen Step Oh Prospedor Will ich an der Stelle Zu was raus Ich könnte Zu Knogger Ich gehe mal Mit einer Kehrtwende Raus zu Knogger Weil Knogger Immunisiert Elektroattacken Und resistet Feuerattacken Falls du den Feuerzahn drauf hast Außerdem werde ich So meinen Bedroher Wieder los Ne Und es ist eine gute Gelegenheit Knogger ins Battle Zu bringen Übrigens ich muss Froststampfer mal Gegen Erdbeben austauschen Eiszahn Okay Der wird auch resistet Äh Ich würde behaupten Ich gehe für einen Schattenknochen Ich glaube nämlich Schattenknochen Müsste auch für Luxtra reichen Donnerwelle Ha Bräh Please and thank you So das war es mit Luxtra Das erste Pokémon Ist down Einen kleinen Misplay Gemacht Nicht dass mir jetzt Der Spätz-Attack Was bringen würde Aber Einen kleinen Misplay Gemacht So Skilabra Kommt rein Du willst mich Spukballen Ne Du willst mich einfach Spukballen Ich gehe mal zu Tektas 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 dürfte Spukball wie auch Die Feuerattacken Neutral Relativ gut tanken Mit der Offensivweste Schauen wir mal Skilabra hat leider Einen mega krassen Spätz-Attack Um genau zu sein Einer der stärksten Im Spiel Aber es reicht nicht Um mich rauszunehmen Wenn er gesglaft ist Dann GG Dann musst du jetzt Angreifen Ich gehe für den Tiefschlag So und du Fällst rein In die Falle Kommst mit dem Spukball Bringst mich unter 50% Das bedeutet Ich kriege einen Switch Zu wem will ich Switchen Hier ist Alles Resistet Hier ist Alles Resistet Alles Ja Das ist nicht gut Knogger Tankt natürlich Keinen Schattenstoß Aber Ich gehe mal davon aus Dass du Ein Pokémon hast Was noch Relativ schwach ist Gegen Knogger So Gehen wir mal zu Frujal Ich drücke mal Auf die Kehrtwende Falls du Outspeedest Und mich Ne Ah Ich outspeedel Das ist nicht so gut Jetzt müssen wir gucken War Tektas War das ein 3-Hit Ja Es war ein 3-Hit Auf jeden Fall Und Tektas Brauche ich Tektas Ja Ich brauche Tektas Ich muss zu Knogger Leider Bist du Vielleicht Gar nicht Sash Äh Du bist Du bist Gar nicht Ich hätte Tektas gekonnt Naja gut Ich gehe von Schattenknochen Knogger Muss jetzt halt Leider dran glauben Gedankengut Setzt er jetzt auf Weil er denkt Ich switche wieder raus Yo der Junge Der ist ein mutiger Boy alter Und Am Ende des Tages Haut Knogger Mit einem Schattenknochen Skilabra raus Oh Du hast overpredicted Mein Freund Du hast richtig overpredicted Oh Das würde mich aufregen Ich wäre richtig salty Was kommt jetzt Ich habe noch drei Pokémon Roserade GG Sag ich an der Stelle So Du kriegst jetzt einen Flareblitz ab Ich resiste Gift Und ich resiste Pflanzen Attacken Was du mir machen könntest Ist mich einschläfern Theoretisch So Ehrlich gesagt Ich brauche gar keinen Flareblitz Ich muss mir Den Recoil Nicht antun Weil ich kann Theoretisch einfach Mit einem Schattenknochen Killen Ne Schattenknochen Reicht Easy So Dann habe ich noch Ein Tektas Was neutral Trifft Und richtig Reinhauen kann Energieball Yo Das tötet mich nicht Mein Freund Schattenknochen Kommt durch Und ich glaube Wir snacken 1 3 zu 0 Alter Alola Knogger Hat gerade alle Weggeknüppelt Mit dem Schattenknochen Ne Alles und jeden Hat er Weggeknüppelt Okay Ja mal schauen Freunde Ich habe noch Einige Pokémon Für euch auf Lager Wie gesagt Ich würde ultra gerne Mal Bandlebee sehen Und natürlich Die ganzen Ultrabästien Und die ganzen Kapus Kapufala Und so Kram Haben wir noch nie Verwendet All diese Pokémon Werde ich euch noch Zeigen Aber jetzt habe ich Leider keine Zeit mehr Ich muss leider Los zur Arbeit Freunde Ich würde super gerne Aber ich kann nicht Nein ich würde Jetzt Battle gerne Nicht speichern So auf jeden Fall Danke ich euch Fürs Zusehen Freunde Wir sehen uns Auf jeden Fall Im nächsten Part Lasst einen Daumen Da wenn es euch gefallen hat Schreibt mir in den Kommentare Setvorschläge Wenn ihr welche habt Und folgt auf Twitter Um gegen mich zu kämpfen In der nächsten Session Von Schlingel Battles Haut rein Euer Sefron Und tschüss Untertitelung des ZDF